2008 erlangte Taylor Lautner als Werwolf Jacob Black, ein wichtiger Teil des übernatürlichen Liebesfilms in der Verfilmung des Vampir-Romans Twilight, große Bekanntheit. Hier erfahrt ihr, warum Taylor Lautners Filmkarriere in den Jahren nach der Twilight-Reihe ins Stocken geriet, und warum er kurz vor einem großen Comeback stehen könnte. Nach seinen Auftritten in den Twilight-Film war Taylor Lautner sowohl für seinen Körperbau als auch für seine schauspielerischen Fähigkeiten bekannt. Um in Form zu kommen, um Jacob zu spielen, hielt Lautner eine strenge Diät- und Trainingsroutine ein, und seine Bemühungen zahlten sich zweifellos aus. Im Jahr 2010 war Lautner die Nummer 1 auf der Top 5 Hollywood-Apps-Liste von Access Hollywood, doch es frustrierte ihn, als er merkte, dass sich jeder Regisseur auf sein Aussehen zu konzentrieren schien, anstatt sein Talent zu fördern. Lautner hatte eine kleine Rolle in dem Film Valentine's Day, und er widersetzte sich einer Szene, die speziell für ihn geschrieben wurde, um seine Bauchmuskeln zu zeigen. Lautner erklärte in einem Interview mit GQ, Ursprünglich sollte ich mein Hemd ausziehen. Im Drehbuch stand, wir gehen in die Schule, und Willie zieht sein Hemd aus. Ich sagte, wow, wow, wow. Timeout. Er wird sein Shirt mitten in der Schule ausziehen? Nein, 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 nein. Der Grund, warum ich mein Shirt für New Moon ausgezogen habe, ist, weil es so im Buch geschrieben steht. Und es gibt Gründe dafür. Lautner wollte mehr als nur ein hübsches Gesicht sein, doch es war schwer, an seinem öffentlichen Image vorbeizukommen. Taylor Lautner hatte schon einige Jahre in Hollywood gearbeitet, bevor er die Rolle des Jacob in Twilight bekam, aber es gibt keinen Zweifel, dass dies die Rolle war, die ihn berühmt gemacht hat. Der letzte Teil des Twilight-Franchises wurde 2012 veröffentlicht, doch das Franchise hat ihn nie wirklich losgelassen. Im Jahr 2015 zerbrach sich Lautner noch öffentlich den Kopf darüber, wie sein nächster Karriereschritt aussehen sollte. Ein Agent kommentierte dies in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Es ist nicht einfach, aus dem Schatten eines Hits wie Twilight herauszutreten, aber er ist noch sehr jung. Taylor hat noch Zeit, mehr zu werden als nur Jacob. Seitdem hat er zwar Fernsehrollen ergattert, aber keine Rolle in einem großen Film und schon gar keine Projekte, die ihm den gleichen Bekanntheitsgrad wie Twilight bescherten. Heute ist Lautner immer noch am besten dafür bekannt, Jacob Black zu spielen, eine Rolle, die seine Karriere für mehr als ein Jahrzehnt definiert hat. Im Jahr 2010 war Taylor Lautner einer der teuersten Teenie-Stars in Hollywood. Zugegeben, die Popularität von Twilight garantierte im Grunde, dass er einen ordentlichen Gehaltscheck brauchte, um für zukünftige Filme zu unterschreiben. Doch im Vergleich zu ähnlichen Schauspielern verlangte Lautner eine sehr hohe Gage, obwohl er noch nie in einem Film mitgespielt hatte. Als er für den Film Stretch Armstrong basierend auf dem gleichnamigen Spielzeug unterschrieb, beinhaltete sein Vertrag berichtend zufolge ein Gehalt von 7,5 Millionen Dollar. Zu dieser Zeit war das wahrscheinlich mehr, als Robert Pattinson für seine Hauptrollen in Filmen wie Remember Me verdiente. Lautner hatte vielleicht das Gefühl, dass er diese Art von Preis verlangen konnte, während Twilight ein unausweichliches kulturelles Phänomen war. Doch als er in den Kinos versagte, wurden die Regisseure skeptisch, dass dieser hohe Preis es wert war. Es bestand kein Zweifel, dass er großes Potenzial hatte. Doch das Potenzial war nicht ausreichend für so eine hohe Gage. Im Jahr 2011 strebte Taylor Lautner die Hauptrolle in einem Blockbuster an, der ihm nach Twilight neue Möglichkeiten eröffnen sollte. Er spielte die Hauptrolle in dem Actionfilm Atemlos als Nathan Harper, der heimlich zu Adoptiveltern gegeben wurde, weil seine biologischen Eltern versuchten, Korruption innerhalb der CIA aufzudecken. In dem Film ist er noch ein Teenager und wird dazu getrieben, die Wahrheit darüber aufzudecken, was mit seiner Familie passiert ist. Leider hatte Atemlos keine positiven Kritiken bei der Premiere und leitete auch keine aufregende neue Phase in Lautners Karriere ein. Der Kritiker René Rodriguez schrieb in einem Review für die Salt Lake Tribune, Atemlos ist ein plumper und schäbiger Versuch, mit der Leidenschaft eines jungen Schauspielers Kasse zu machen. Ein Ausbeutungsfilm, bei dem die Person, die ausgenutzt wird, zu jung ist, um es zu realisieren. Andere Kritiker waren auch der Meinung, dass der Film im Grunde ein Versuch war, von Lautners Ruhm zu profitieren, bevor der Hype um Twilight abgeklungen war. Der Kritiker Stephen Holden nannte Atemlos, Zitat, "...einen schlampigen, ausbeuterischen Akt der Star-Anbetung, der um Lautner herum geschaffen wurde." Während Atemlos ein Misserfolg für Taylor Lautners Karriere war, könnte er immer wieder mit besseren Filmen ein Comeback liefern. Allerdings ist dieses Comeback nie wirklich zustande gekommen. Im Jahr 2015 spielte er die Hauptrolle in dem Film Tracers, und während die Parcours-Szenen in diesem Actionfilm sicherlich unterhaltsam waren, konnte er die Kritiker dennoch nicht beeindrucken, die das Gefühl hatten, dass er sich nicht von seinem Image gelöst hatte. Stephen Whitty schrieb in einer Kritik für die New York Daily News, "...Hollywoods attraktivster, abgefahrenster Werwolf steckt immer noch in Filmen fest, in denen er langsam sein T-Shirt ausziehen soll." Sein Ausflug in die Komödie mit einer Rolle in The Ridiculous Six fiel ebenfalls flach. Der Adam-Sandler-Streifen erhielt von den Kritikern auf Rotten Tomatoes eine miserable Null-Prozent-Bewertung. Brad Newsom kommentierte dies in einer Rezension für den Sydney Morning Herald, "...es ist ein faules Stück von einer Western-Parodie, vollgestopft mit schlechten, rassistischen Witzen, die man nicht einfach mit einem Hauf von Ironie wegwinken kann. Erbärmlich." 2016 spielte Taylor Lautner in dem Indie-Film Run the Tide mit. Er spielte Raymond, der sich um seinen jüngeren Bruder Oliver kümmert, während ihre Mutter im Gefängnis ist. Doch als sie entlassen wird, flieht er mit seinem Bruder an die kalifornische Küste in der Hoffnung, Oliver vor ihrem Missbrauch zu schützen. "...Er denkt, dass wir wieder eine Art Familie sein können." Er bezeichnete den Film als ein, Zitat, "...leidenschaftliches Projekt für alle Beteiligten." Und er war sichtlich begeistert davon, eine Rolle anzunehmen, die ganz anders war als alles, was er zuvor gemacht hatte. In der Tat sagte er, dass er sich gegen seinen Herzensbrecher-Status wehren wolle, doch leider hatte er es immer noch nicht geschafft, die Kritiker zufriedenzustellen. Kritiker Roger Moore schrieb in einer Bewertung von Run the Tide für MovieNation, "...Launtner trabt einen weiteren sensiblen Charakter aus, dem er nicht wirklich gerecht werden kann. Er ist ein stumpfsinniger Schauspieler, der es nie schafft, Glanz in seine Rollen zu bringen, oder uns vergessen zu lassen, wie sehr er sich anstrengen muss, nur um in einer Rolle so überzeugend zu sein." Die Filme, in denen Taylor Launtner in den Jahren nach Twilight mitspielte, hatten zwar keinen Erfolg an den Kinokassen, kamen aber immerhin in die Kinos. Es gab einige andere Launtner-Filme, die nie das Licht der Welt erblickten. So sollte er beispielsweise in dem Actionfilm Northern Lights mitspielen, entschied sich aber über auszusteigen, als ihm eine Hauptrolle in Stretch Armstrong angeboten wurde. Diese Entscheidung fiel jedoch nicht so aus, wie er gehofft hatte. Stretch Armstrong wurde schließlich auf Eis gelegt und das Projekt wurde aufgegeben. Er unterschrieb auch für einen biblischen Film über die Geschichte von David und Goliath, doch auch dieses Projekt geriet ins Stocken und schaffte es nie auf die große Leinwand. Jeder Schauspieler leidet unter seinen Projekten, die sich nicht durchsetzen. Doch an diesem Punkt in Launtners Karriere waren diese Rückschläge besonders verheerend. Schließlich begann er gerade, sich außerhalb der Twilight-Reihe einen Namen zu machen. Als sein Drehplan aus den Fugen geriet, war es schwierig, die verpassten Gelegenheiten wieder aufzuholen. Taylor Launtner liebte es, bei Hotel Mama zu wohnen. Während er an den Twilight-Filmen arbeitete, lebte er weiterhin zu Hause bei seiner Familie außerhalb von Los Angeles, anstatt sich ein eigenes Haus zu kaufen. Als Launtner in einem Interview mit GQ nach dem Auszug aus dem Haus seiner Familie gefragt wurde, antwortete er, "...es hat wirklich keinen Sinn. Ich bin so beschäftigt. Ich habe wirklich nicht darüber nachgedacht. Die Sache, die ich liebe, ist, dass sich mein Leben zu Hause nicht verändert hat. Ich helfe immer noch mit dem Müll und auch beim Rasenmähen." Obwohl er die Schauspielerei liebte, liebte er auch sein Leben zu Hause. Und obwohl seine Karriere neue Höhen erreichte, wollte er sich nicht ins Zentrum von Hollywood stellen und sich von seinem Elternhaus verabschieden. Schließlich entschied sich Launtner, seine Unabhängigkeit anzunehmen und sich selbstständig zu machen. Kürzlich kaufte er eine weitläufige Villa in Ogora Hills, wo er mehrere Hektar Land und viel Privatsphäre fand. Taylor Launtner hat schon einige Frauen in Hollywood gedatet. Er wurde mit Taylor Swift, Olivia Holt und kürzlich mit seinem Scream Queens Co-Star Billy Lord in Verbindung gebracht. Doch seit 2018 ist Launtner glücklich mit seiner Freundin Taylor Dome zusammen, die kein Promi ist. Im Jahr 2018 postete Launtner ein Bild des Paares in ihrem Halloween-Kostüm auf Instagram, und seitdem teilen die beiden immer wieder hinreißende Fotos. Dome ist eine Krankenschwester, die Launtner wahrscheinlich kennenlernte, nachdem sie sich mit seiner jüngeren Schwester angefreundet hatte. Vielleicht hat die Tatsache, dass er mehr Zeit mit seiner Freundin verbringt, Launtner dazu gebracht, sich auf das Leben außerhalb von Hollywood zu konzentrieren. Nachdem er in mehreren Beziehungen war, die ständig von der Presse hinterfragt wurden, könnte es eine Erleichterung gewesen sein, jemanden zu daten, der nicht in der Unterhaltungsindustrie arbeitet. Das Paar ist seit Jahren zusammen, und sie scheinen ziemlich glücklich zu sein. Obwohl Taylor Launtners Filmkarriere in den Jahren seit Twilight an Schwung verloren hat, könnte er eine glänzende Zukunft im Fernsehen haben. 2016 schloss er sich dem Cast von Scream Queens als Dr. Cassidy Cascade an, einem Zombie, der sich für ein Medizinstudium entschieden hat, weil er nicht verstehen konnte, was aus ihm geworden ist. Und 2014 nahm er eine unerwartete Rolle in der britischen Komödie Cuckoo an. In Cuckoo spielt Launtner die Rolle von Dale, einem jungen, naiven Amerikaner, der auf der Suche nach seinem Vater der Titelfigur ist. Cuckoo, ein sorgenloser Hippie, war bei einem Kletterunfall verschwunden. Doch Dale trennt sich von der Familie seiner Frau, in der Hoffnung, eine Art Verbindung zu finden. Launtner etablierte sich in der Rolle als überraschend versierter Comedy-Darsteller. Cayla Cobb schrieb in einem Review von Decider, Dale ist nicht lustig, weil er von der Ikone Team Jacob gespielt wird. Dale ist lustig, weil Launtner in der Serie dominiert. Dale ist ein ahnungsloser Amerikaner, der kürzlich eine wirre Sekte verlassen hat. Und seine witzigsten Momente rühren von seiner bizarren Balance aus unerbittlichem Optimismus und Ahnungslosigkeit her. Vielleicht hat diese Rolle einige Türen für Launtner geöffnet. Er ist mit seinem Cuckoo Co-Star Greg Davies in Kontakt geblieben, der sich sehr positiv über seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Launtner äußerte. Vielleicht steht Taylor Launtners beste Arbeit noch bevor. Seht euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an! Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsschauspieler. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.